Musik Oh, wahrscheinlich durch den Container, ne? Ah Okay Was sind denn gerade Aufträge? Wenn du das tust, wird was passieren. Was Gutes Oh Oh I like it Schiff Da hin Dann befestigen wir die Drohne und sammeln die Kisten ein. Warum machen wir das jetzt mehrere? Ich habe nicht genügend Was hast du in diesem Kapital gemacht? Das ist die Frage Koordinaten bestätigt Das Ding aber Fixed, jetzt müssen wir halt nur wieder zurück Oh, come on Aber immerhin können wir uns jetzt wieder ein bisschen Aus dem Boden ziehen Von allen Eisklumpen hier draußen hätte ich mich auch für den hier entschieden Ich gebe die Beanspruchung Nur zu Olybden Ich denke, ich bin Ich bin Ich bin Also Ich bin Ich bin Und Ich bin Ja hervorragend, plus 16, wir brauchen plus 20 ne, oh man, oh ja was, den machen wir hier gleich mal mit. Zack, plus 26, das sollen wir jetzt über 10 Minuten halten, ne, hä, von Superlegierung, boah, verdammt. Und da ging nur eins, ne, ja. Plus 11, plus 14, plus 17, plus 20, und jetzt 10 Minuten. Das Problem ist, ich glaube 10 Minuten muss man sich an diesem Gebiet jetzt hier aufhalten, oder? Was ist denn von dem hier? Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Nicht genügend Methaneis. Ist ja gar kein Problem. Was ist denn hier mit aus? 15% Nächster Versorgungshof startet bald. Ah Gott, wir kommen einfach nicht aus den Miesen irgendwie. Routenübersicht, das läuft aus in Wald. Ähm. Ähm. Space Shuttle dockt an. Parameter werden erneuert. Das können wir nochmal bestätigen. Das ist in Ordnung so. Da haben wir plus 17. Wenn wir das nicht bekommen. So. Transferoptionen werden aktualisiert. Zack. Ja, kommen Sie rein. Was geht's? Gucken wir mal, ob wir noch eine neue Route haben. Verbrauchsweise sortieren. Ordentlich gestiegen, ne? Flaxfaser haben wir vielleicht eine rote. Flaxfaser haben wir einen Plus von 10. Das nach dort. Ja. Was? Plus von 12 oder nur? Oder wie? Will ich einkaufen und teuer verkaufen. Wow, das lohnt sich ja so gut wie gar nicht. Egal, um 6 Minuten ist einfach durch. Da ist der Profit ja wirklich kaum da. 12 Fasern. Ah, was können wir denn hier machen? Können wir in der Orbitalschleitung mittlerweile wieder was machen? Bestimmt. Wir benötigen mehr Physiker. Das hat nur ne Schätzung. Okay. Okay. Im nächsten Shuttle sollen 14 sein. Warnung, Warnung, Warnung. Unzureichendes Forschungsmaterial. Ah. Schon gut. Verdammt, ich musste ja... Warum halten wir den Überschuss gerade nicht mehr? Warum halten wir den Überschuss gerade nicht mehr? Boah! Ich muss das nicht mehr sehen. Ich muss das nicht mehr sehen. Was haben wir denn da? Du hast aber die Möglichkeit zum Beispiel nicht mehr verwenden. Und jetzt kann ich das einfach sagen. Da kann ich jetzt das nicht mehr helfen. Oder was wir geben. Dann kann der Buschleitung wieder lösen. Das kann das nicht mehr. Oh. Der Buschleitung. Das wird ja sicher nicht der Buschleitung. Weil wir nicht genügend Aluminium haben. Haben wir hier irgendwo noch eine Aluminiumfabrik? Die nicht voll ausgebaut ist? Vollstes Vertrauen in sie. Auweia. Oh, wir können... Können wir das? Ich wollte sie nur daran erinnern, dass die Genehmigung für die Route bald abläuft. Ah... Hast du eine 157? Neee... Neee... Neee, ist wirklich nicht. Wir haben ja gar keinen Profit. HWF braucht Qbit-Prosessoren und Superkühler, um Quantencomputer herzustellen, die ihre Angestellten benötigen. Die brauchen wir also für unsere Angestellten. Das ist schon mal zu wissen. Wo ist jetzt Qbit? Und das produziert super. Okay... Wir brauchen aber Deuterium. Für Deuterium brauchen wir nur einen Künstlerplatz. Und weil das weniger kostet... Bauen wir das einfach. Sind wir zwar mal wieder pleite, aber... Oh, hey! Alles cool bei dir? Ich wäre blöd, wenn ich da Nein sage. Oh, hey! Ah, das wär's dann. Dieser Bauplatz steht allein Ihnen zur Verfügung. Sicher! Die Netzwerkoptimierung ist ein fortlaufender Prozess. Sicher! Warnung! Energiebedarf zu hoch. Gegenmaßnahmen empfohlen. Sicher, sicher! Hier haben wir glaube ich auch alles ausgebaut, ne? Soll ich mich mal dran erwöhnen? Wir würden immer alles direkt auszubauen. Und wir haben Geothermal noch, glaube ich, irgendwo, oder? Oder? Ja... Jetzt blöd... Äh... Ah, ne... Ertrag... Das machen wir mal einen Plus an... 200... Das reicht aus. Da haben wir schon die Lagerhäuser... Okay... Eine andere Schelte... Oh! Hallo! Gutes Essen! Ein gemütliches Haus! Willkommen! Möchten Sie rein? Nicht genügend Fisch... Das Problem ist ja auch wieder die... Die Fischbrüße haben wir halt auch wieder komplett ausgebaut. Ich bin halt nicht wirklich viel... Das wirst ich gerade machen... Also halt wieder neue... Fischbauplätze bauen... Dieser Bauplatz steht allein Ihnen zur Verfügung. Ah, ihr sollt euch nur dran halten... An die richtigen... Ich weiß... Ah, zack... Und... Hier hin... Nice... Du hattest genug Gelegenheiten, dich uns anzuschließen... Und da du es nicht getan hast... Was? Musst du jetzt bezahlen... Ach, come on... Ich bin doch gerade hier... Warnung... Energieknappheit... Wir haben immer noch Energieknappheit... Bis zum Beispiel wieder... Immer noch... Beides... Beides passt... Das ist aber nicht... Komm, dann gehen wir jetzt hier mal dahin... Dann können wir, glaube ich, den Wein nehmen... Wobei... Vielleicht... Kommt planmäßig an... Schade... So... Flottenübersicht... Hier oben... Wir werden beschossen... Wir haben Ihnen zusätzliche Ressourcen bewilligt... Bitte setzen Sie sie mit Bedacht... 4.15 Uhr... Sie haben folgende Belohnung erreicht... Mit dann das Containerschiff... Uh... Mit dann reißbar... Uh... Ich werde jetzt... Volle Kraft voraus... I like it... Transferroute ineffizient... Ursache... Fehlende Waren... Läuft... Volle Kraft voraus... Volle Kraft voraus... Oh oh... Das könnte jetzt böse enden... Find entdeckt... Alle bereit machen... Volle Kraft voraus... Masseh zu bekommen... Das wäre ein Containerschiff... Wird der wahrscheinlich... Auf die Fakte... ...gezogen werden... ...oder... Oder... Oder... Sondern das einfach ein Containerschiff... Die jetzt hier rumfahren... Wir haben jetzt 15 von 21. Die Heizreparatur läuft. Verstanden. Bestätigt. Jetzt kommen sie auch noch ab. Bestätigt. Wir fahren ungefähr hier hin. Die Tränen wieder. Alle zum Einsatz. Kampfstationen. Nächstes Mal wird es dir nicht gelingen. Ganz seine Meinung. Da kommen sie. Selbstreparatur läuft. Einmal mal reparieren. Auch wenn wir sie unbedingt brauchen. Äh. Wir werden angegriffen. Ja die. Hm. Interessant. Als Datensammelmaschine. Alle Systeme laufen reibungslos. Haben wir überhaupt hier was? Ah das. Ah. Ne. Hä? Ich bin verrückt. Kampfstationen. Sie greifen an. Gott. Bis bald. Feindbewegung registriert. Ja. Äh. 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 Perfekt. So. Dann können wir das mal in. Alte Regressionen auch machen. Äh. So hat der jetzt geblinkt. Ja. Dann holen wir mal eben kurz den Wein. Und liefern den ab. Und dann fangen wir den 10 Minuten Counter. Wunderbar und fordern. Dann nehmen. Wir haben nicht genügend Informationen. Hä? Einfach nur zum. Oh wow. Das ist ja noch einfacher. Ich dachte schon wir müssten den Wein hergeben. Aber den behalten wir mehr oder weniger. Also mehr oder weniger. Wir liefern jetzt nur unser eigenes Lagerhaus. Und nicht zu einem. Exportlagerhaus. Meine Vorgesetzten sind beeindruckt. Sie haben sofort einen Folgeauftrag für Sie. Okay. Ich befestige sie. Schiff. Der Delegierten. Ich bin dann nicht. Dann würde ich mich da mit der Zeugel zum Lagerhaus. Okay. Bis zum nächsten Mal.